Hallo Leute! Herzlich Willkommen zurück bei Dead Realm. Mit dabei wieder Dalu. Guten Tag! Die Shigo. Hallo Flugzeug. Und McFly, der hier. Der hier. Moin Moin. Hallo. Neue Map. Guck mal, ich seh doch so ein bisschen aus wie der von Walking Dead, oder? Du siehst ein bisschen aus wie mein mexikanischer Gärtner. Du siehst aus wie Jesse Pinkman. Da ist es ja! Oh mein Gott, Shigo ist es, Leute! Was? Nein. Da, oh! Ach ne, ich dachte das wär schon die erste. Oh, hier ist ne Uhr! Die liegt ja bei... AHHHHH! Ihr werdet mehr Dalu! Hast du mich erschrocken? Schreut mich doch nicht. Alte! Das konnte ich doch nicht wissen. Wir stehen da unschuldig, ey. Das war keine Absicht, Leute. Das war einfach genial. Bringt euch doch nicht gegenseitig aus dem Zweifel, ja? Die Falltür, ey. Ich dachte, jetzt hat Shigo mich schon, ey. Ja, ich dachte es auch, ey. Was ist denn, was darf? Oh, oh. Lalalalalalalalalala! Hat einer von euch mit dem Fahrstuhl gefahren? Nein! Och, nö! Ich hab sie gesehen, ich seh sie! Wo? Bei mir! Oh, oh! Oh! Sie ist hinter dir her! Hat sie nicht? Oh mein Gott, sie hat Dalu nicht! Maxi! Ich hab nur gesehen, wie sie hinter dir hergeraten ist. Wo? Wo denn der nächste? Ich hab Hunger! Von dem müsst ihr die Uhren finden! Die Uhren! Lauf! Lauf, lauf! Oh Gott! Oh shit! Ich hab noch einmal die Tür zugemacht! Ich hab nur gesehen, so wie die Tür aufging, ich so nein, bitte ist es Dalu! Dann mach ich mein Handy an. Oh nein, das ist Shigo. Aber diesmal kann ich Shigo sehen, das ist gut. Dann kann ich sie ärgern jetzt. Haha, wär doch ärgerlich, wenn... Oh nein, ich hab das aus der Seite geschoben. Kannst du sie auch sehen, Dalu, diesmal? Jaja. Aber warum konnten wir als Mensch keine, ähm... Hä, da kommst du nicht durch, Shigo. Oh nein, Shigo. Sie ist stärker als ich, ohne. Warum hab ich irgendwas Gefühl, ich glaub ja einfach voll in sie rein. Na na, momentan ist alles gut. Sie rennt noch unten rum. Hör, sie ist grad einfach durch die Tür gebackt. Ja, weil sie schon halb da durch war. Baby will... Wär doch ärgerlich, wenn du hier runterfällst, Shigo. Das Baby heißt William. Willi. Willi. Na, denk an die Uhren. Komm raus, komm raus. MacFly renn, MacFly. Okay, okay, alles gut, alles gut. Stuck dich wieder. Ja, MacFly, renn doch mal für mich. Sie hat's uns abgekauft. Guck mal, hier sind Särgel in der Küche. Das ist eine Vampirvilla, Leute, Vorsicht. Ist so ein Candy-Haus. Kannst du bitte die Türen hinter dir zumachen, danke. Oh, hier hat sie so eine Scream-Queen hingesetzt. Oh, guck mal an der Uhl, wie hübsch. Überhaltig. Da hängt ein Totenkopf. Immerhin. Oh mein Gott. Irgendwie kommen aus Shigos Windeln auch so Dämpfe raus, als ob sie sich die Hose gemacht hat oder so. Entschuldigung. Na doch, Baby. Mann. Mama. Papa. Och, lauf, lauf, lauf. Ich versuch sie aufzuhalten. Huch, hä, plötzlich bist du weg, what the fuck. Gut gemacht. Gut, der war gut. Alter. Der war gemein. Das war ganz schön knapp. Ja. Allerdings. Da hat er sich einfach nur geduckt. Auf der Treppe. Baby William sucht noch. Natürlich. McFly die Uhren. Ja, aber ich sehe doch keine. Ich finde keine. Oh mein Gott, hier habe ich gar nicht vorstellen. Warum ist das hier ein riesiges Spiel zu machen? Ihr habt auch euer Spaß, hört man. Ja, ich wollte gerade die Falle aktivieren und hat Chico da rüber gelaufen. Habe ich aber gesehen, mein Freund. Habe ich aber auch schon überlegt, so kennen wir das eigentlich als Menschen, was ist das für ein Knopf? Da habe ich euch ja am Anfang mit runter gepustet. Ja, genau. Oh, Chico ist auch in der Küche. Wenn das Baby rennt, sieht das so komisch aus. Voll creepy, ey. Oh, wie sie mich anguckt! Wenn ich jetzt innerhalb der Zeit mich schaffe, diese Uhr zu finden, will ich auch gut. Dann sterben wir, ja. Achso. Wir sind echt schlecht im Uhren finden irgendwie, ne? Wir finden immer nur so zwei oder vier. Im ersten haben wir noch vier oder fünf. Da habe ich euch ja auch machen lassen. Die Rapp ist ziemlich groß, habe ich das Gefühl, hier. Also... Yay! Yay! Ah! Ah, sie rennt immer wieder hoch, ey. Baby William, where are you? Bist du in meine Falle getappt? Kann das sein? Nein, 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 nein. Mhm, okay. Go, Maxi, du hast schon vier Uhren. Fünf! Fünf! Der King! Los, mein Klei! Nur du kannst aus diesem Haus entkommen. Ich glaube, Chico ist gerade gegen mich gerannt. Ja, du, irgendwie war ich stuck, ganz kurz. Ach, Quatsch. Tell me, Papa, Buddy. What? Okay, was ist mit dem Baby William passiert? It's too late for you. Wir sind voll die creepy Bilder auf überall. Huxla is mad, get out. Hör bloß auf. Oh, hier ist das Schlafzimmer. Was seid ihr denn? Im Schlafzimmer. Sagt mir aber, ob wir lieber auf den Uhren sind. Ich kann die Uhren irgendwie nicht sehen. Oh! Hier ist auch ne Todesfee, ey. Oh, ne Riesenspinne. Es ist ne Todesfee. Oh, es ist ne Riesenspinne. Hier in diesem Schlafzimmer. Wo bist du denn, Gerns? Da, wo die Falle ist. Die mit den Gittern? Ne, da, wo sie runtergefallen ist. Siehst, bist du bei Chico gerade? Ja. Ah ja, genau. Das hat sie erstmal ausgesperrt. Dann doch die Falle. Da ist doch dieser Schlafraum mit den ganzen Betten. Ja. Und wenn du da hinten in die Tür reingehst, dann liegt da so ne Spinne in der Ecke rechts. Ah, ok, ok. Ah, Riesenspinne. Ist auf jeden Fall riesig, aber ich dachte noch größer. Ach, hier ist doch dieser Fahrstuhl, ne? Ja, genau. Wär doch schade, wenn der stecken bleibt. MacFly, 7 Uhr. Wir kommen vielleicht raus. Nein. Ein paar Sekunden Zeit. Ja. 50 Sekunden läuft. Ah, ich hab mal MacFly gefunden. Bleiben wir mal bei ihm. Das ist too late for you. Dann gehe ich mal die letzte Uhr bewachen, hm? Also, ich glaub, ich hab's nicht drauf. Deswegen kämpfe ich jetzt. Sie kämpft wirklich. Ist doch gar kein Problem. Ich weiß auch nicht, wo ich schon war und wo ich noch nicht war, eh. Höh. Tog dich. Nein, nein, nein. Doch, tog dich. Alles bestens. Ich hab alle verloren, wo ist McFly? Ich hab beide verloren, was passiert hier? Ich dachte, da kommt irgendwie so ein Mädchen. So ein Jumpscare wäre jetzt noch cool gewesen. Bereit. Das ist aber echt schwer die Uhren zu finden. Naja, weil teilweise sind die dann... Ich hab gar nicht gesehen, die hängen auch teilweise an den Lampen. Aber sieben war doch nicht schlecht. Du hast doch vor allem fünf alleine gefunden. Ich hab sie gesammelt, guck mal. Ja. Beim ersten Mal ging es nicht. Eigentlich spielt man es ja mit mindestens vier... Nee, bist du immer noch nicht. So, ne. Dann geht's mal los hier. Release the Kraken! Er spielt Cthulhu diesmal. Wow. Cthulhu ist befreit. Weil eigentlich spielen ja mehr Menschen, muss man ja auch sagen. Ja. Oh, direkt zwei Uhren. Sehr gut. Das ist direkt ein Spieler. Nein. Punkt Quatsch. Alle verfallen in Panik. Nein, nope. Das kann ja gar nicht sein. Wie hast du es geschafft, so lange zu überleben, McFly? Immer ducken, oder? Er hat sich teleportiert, der Schweine. Viel geduckt und als Chigo das eine Mal mich fast hatte mit der Treppe hoch, bin ich ganz schnell die Treppe runter gesprungen. Ah, das hast du gemacht. Und Chigo war total verwehrt. Ja, das stimmt. Ich hab dich am Ende nochmal gesehen, aber ähm... Leute, er steht vor der Statue! Falls irgendjemand auch bei der Statue ist. Was? Das ist doch laut! Aber wo war's? Sneaken bringt dir jetzt auch nix mehr. Ich sneak ja gar nicht. Aber irgendjemand anderes lassen Sackgasse. Hey, dich nicht um... Fünf Uhren schon, Leute! Nein! Lauft, Leute! Ich bin tot. Behaltet mich in Erinnerung so, wie ich war. Was? Fünf Uhren? Okay, jetzt muss ich dich einfressen. Tut mir doch leid. Welchen Weg du auch einschlägst. Ah, Chigo lauf! Der Werwolf hat mich! Oh nein! Welchen Weg du auch gegangen bist, ey. Ich wollt einfach irgendwie weg... Ah, ich seh dich diesmal sogar, das ist auch cool. Hoho! Ist das ein Werwolf oder eine große Ratte? Eine große Ratte. Ihhh, was ist das denn hier? Oh. Das ist so ne Kreische Fee. Hm. Da wirst er nicht hinlaufen. Kommt schon, Leute. Wir haben schon fünf Uhren. Und er vergnügt sich im Spielzimmer. Hier ist alles voll mit Uhren! Ich hab Angst! War das grad ein Flugzeug? Ne, das war ne Falle. Ups. I can see you. Sieht voll lustig aus, wenn der Werwolf rennt irgendwie so. Die Animationen von den laufenden Menschen und so sind nicht die beste, aber es funktioniert sehr gut. Ja, die sind noch ein bisschen hakelig, aber vielleicht arbeiten die Leute noch dran. Die Kollisionsabfrage und so ist aber echt gut. Also auch von der Steuerung her finde ich echt gelungen. Ja, das stimmt. Was ist das denn hier? Achso, so ein Schreihals, ne? Ja, wenn da so schwarze Rauchwolken in der Luft sind, dann sind das diese Kreische Feen, Todes Feen. Ist dein übrigens auch. Wollt, dass du da reinfällst. Oh, sehe eine. Diese Tür hat mich umgebracht, ey. Die Tür lass ich auch für euch, damit ihr seht, dass das im Falle ist. Weißt du, wo sind die denn? Oh, sechs Uhren. Hat einer die hier mitgenommen? Ne, die noch nicht. Nehmt meine Asche mit, Leute. Nehmt deine Asche mit? Wurde es verbrannt. Ja, irgendwie sowas. Wurde es gefressen. Oh, lauf, Schreihals. Oh mein Gott, ey. Ich wollte ihn grad noch in die Falle rein-dingenzen, aber... Oh, komm dann, ey. Jetzt geht die erst auf. Scheiße. Du Mörder. Deiner mieser Hund. Vier Uhren, McFly. Alter, der Wehrwolf geht irgendwie, als ob er irgendwie so verkrüppeltes Bein hat, ey. Wer weiß? Der Arbe. Sieben Uhren. McFly kann's schaffen. Acht Uhren. Der alte Survivor. Du kannst es schaffen. Wir glauben an dich. So wär's und... Du bist gefressen. So sieht's aus. Halt Uhren. Halt Uhren. Halt Uhren. Ich mach dir alles aus. Wenn du sagst, ich weiß es nicht und du bist dir sicher, dann gibt's mehr als 10. Du bist auf jeden Fall nicht... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du die gesehen hast. Dann gibt es mehr als 10 Uhren. Ah, okay. Okay. Weil ich weiß auf jeden Fall, wo die letzte... Also wo eine ist. Dann bin ich echt gespürt. Oh Gott. Nope, nope. Lauf zur Falle, McFly. Ich kann versuchen, ihn abzublocken. Wie das aussieht von hier oben, ey. Ah, ne Kreische Fee. Komm, hol mal eine Uhr. Ich will sehen, wie's... Komm, Treppe hoch. Okay. Ich lass dich nicht entkommen. Treppe hoch, ganz hoch. Ne, nur hier in die Etage. Siehst du mich? Mach mal Handy an. Einfach die Treppe ganz hoch. Ach doch, die ganze Treppe ganz hoch. Achso, ja. Und dann geradeaus. Okay. In den ersten Raum. Und dann rechts hinter der Kreische Fee. Deswegen hab ich ja extra eine drauf versteckt. Stimmt, dann gibt's wirklich mehr als 10. Cool. Weil ich hab noch eine in einem Schrank gefunden. Das Portal hat sich geöffnet? Was für ein Portal? Ah, das muss man abhauen. Ah. Das Portal ist auch nur für 90 Sekunden auf. Was ist das für Arsche? Das ist ja nicht fies. Da kann man ja voll campen dann sozusagen. Aber du schaffst es nicht. Ja. Aber du schaffst es nicht. Das ist nice. Schade. Ja, war wieder eine geile Runde auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei den anderen drei vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.